Heute sprechen wir über Es tut mir weh. Mein Kopf tut mir weh. Was tut dir weh? Meine tut mir weh. Knie Fuß Bauch Sehr gut. Das ist Tommy. Tommy ist ein Junge und ist fünf Jahre alt. Er kommt aus Bavaria und wohnt in der Nähe des Königssees. Königssee in den Bergen. Ein Käfer hat ihn gebissen. Jetzt tun ihm der Arm, die Hand und das Bein weh. Ein Pflaster Lege ein Pflaster auf seinen Arm, seine Hand und sein Bein. Alles besser. Nimm jetzt die Pflaster ab. Du siehst nicht so gut aus. Frag ihm Tommy, wie geht's dir? Ich fühle mich nicht gut. Mein Bein tut mir weh. Frag ihm, brauchst du ein Pflaster? Ja, bitte. Ich brauche ein Pflaster. Lege das Pflaster auf sein Knie. Sag ihm alles besser. Danke, ich fühle mich besser. Legen Wo ist das Königssee? Es ist im Bavaria. Es ist im Bavaria. Wo wohnt? Er wohnt im Bavaria. Und was macht er gern? Er schwimmt gern. Was ist ein Pflaster? Wie sagt man? Auf Deutsch? Mein Kopf tut mir weh. Was bedeutet alles besser? Was tut ihr weh? Ihr Bauch tut ihr weh. Sehr gut gemacht mit der Lektion heute. Du kannst sprechen. Du kannst sprechen. Er mag das Essen nicht. Er wird nicht essen. Er hat eine Gabel. Er ist wütend. Der Junge hat lange Haare. Der Junge hat lange Haare. Ja. Es ist mit dem Rettungsgeladen. Du kannst ihn sehen. Aber es ist mit dem Rettungsgeladen. Vielen Dank.